Welcome! Back Ladies and Gentlemen! Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch den 3-Wetter-Tuff Superkleber. Ja Leute, es ist noch ein Produkt übrig geblieben von meinem DM-Einkauf. Und ich stehe eigentlich nicht so auf Gel-Frisuren, aber ich habe den noch für euch getestet. Und zwar den 3-Wetter-Tuff Superkleber. Ich bin gespannt, ob der Superkleber wirklich das verspricht, was draufsteht. Es steht drauf, Superkleber, Powergel, massive Sofortfixierung, Superkleber, Superhalt mit einer Skala von 1-10 hat es den Halt 10 bekommen. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. So Leute, wenn ihr aber gerade aktuell neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren klicken würdet und meinen Kanal abonniert und Teil meiner YouTube-Community werdet. Wenn ihr Bock habt, klickt auch gerne auf die Glocke, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mit am Start seid und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen. So, kommen wir jetzt aber zum Produkt, dem 3-Wetter-Tuff Superkleber. Ja, mittlerweile sind meine Haare schon sehr, sehr lang geworden, ja, wie man vielleicht sehen kann. Also ich habe echt eine krasse Mähne auf dem Kopf. Ich habe mir gedacht, wenn ich diesen Superkleber schon mal teste, ja, dieser Mann hier auf der Verpackung hat auch eine fette Mähne auf dem Kopf. Und da habe ich gedacht, dann versuchen wir doch mal genau das so hinzukriegen, wie das hier auf der Verpackung aussieht. So, und auf der Verpackung steht auch drauf, wie man das Ganze anwendet. Man massiert den Superkleber entweder in feuchtes oder trockenes Haar rein. Ich habe es jetzt einfach mal in trockenes Haar reingemacht, habe so ungefähr zwei kirschgroße Portionen genommen, die in meinen Händen verteilt und dann in die Haare einmassiert. Ja, Leute, da hatte ich schon das erste Problem, denn das hat sich so verklebt in meinen Haaren. Also es war sehr, sehr schwierig, das Produkt überhaupt in meine Haare reinzubekommen, weil das so schnell in meine Händen verklebt und so schnell hart wird. Ich habe dann nochmal nachgeschossen, noch eine zweite Portion, noch eine dritte Portion in meine Haare einmassiert. Ich meine, ich habe jetzt auch echt viele Haare auf dem Kopf und habe dann versucht, meine Haare dementsprechend in Position bekommen. War für mich nicht möglich. Ich habe jetzt echt viele Haare auch an den Seiten mittlerweile. Ich habe mir dann ein bisschen Hilfe dazu genommen mit einem Kamm und habe versucht, meine Seiten ein bisschen zu kämmen. Und das ist auch dahin losgegangen, denn ich habe mir meine Haare dann so ein bisschen rausgezogen, weil das war so verklebt in meinen Haaren, dass ich, während ich die Bürste benutzt habe, einfach Haare mit rausgezogen habe. Nichtsdestotrotz, ich wollte das Produkt für euch testen und dann ist ein bisschen Schwund immer dabei, manchmal auch bei den Haaren. Ja, Leute, so habe ich dann meine Haare damit gestylt, habe dann noch ein bisschen die Bürste als Hilfsmittel genommen und anschließend, wie es hier auch draufsteht, ja, für den perfekten Halt nochmal dreiwettertaft Haarspray draufgeklatscht. Also Leute, ich habe meine Haare zu betoniert, so hart auf dem Schädel, ja. Also ihr könnt mich jetzt in jeden Krieg schicken, ja, an jeder Front stellen. Ich bin da und mir passiert nichts mit diesem Helm auf dem Kopf. Also ist echt krass. Man kann das Produkt echt mal aus Jux und Dollerei austesten, aber ja, ich weiß nicht, ob das so gesund ist für die Haare. Und ich persönlich stehe auch nicht auf so richtig hart fixierte Gelfrisuren. Aber gut, long story short, kommen wir zum Rating des Produktes. Als allererstes der Geruch. Ich würde für den Geruch drei von fünf Punkten geben, denn das riecht nicht schlecht, aber auch nicht richtig geil, sondern das riecht so ein bisschen wie, soll ich sagen, wie so ein Duschgel, ja, oder wie so ein Arxio. So riecht das Ding, werden wahrscheinlich auch viele ganz cool finden. Deshalb gibt es an dieser Stelle von mir drei von fünf Punkten für den Geruch. Ja, Leute, Anwendung. Ich habe es eben schon gesagt, ja, mit der Anwendung hatte ich so meine Probleme und ich kann da wirklich nur maximal zwei von fünf Punkten geben für die Anwendung, denn es war so verklebt, ja, nicht nur meine Haare waren verklebt, sondern meine Hände waren verklebt, meine Bürste war verklebt. Es war einfach alles verklebt, ja, was ich dann mit den Händen angefasst habe. Und es hat auch super schnell, wie gesagt, es wurde auch super schnell hart. Also wie so ein Sekundenkleber, wenn man schon mal einen Sekundenkleber verwendet hat, dann weiß man ungefähr, wie schnell das passiert. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ebenfalls der Fall ist. Deshalb gibt es für die Anwendung an dieser Stelle wirklich nur zwei von fünf Punkten. Super starker Halt mit dem Superkleber von 3 Wettertaft. Ja, das stimmt schon. Ja, also der Halt ist echt gut. Gerade wenn man auch nochmal Haarspray oben drüber haut, dann hat man wirklich einen Betonschädel. Und dieser Betonschädel, den kann man so schnell nicht mehr lockern. Also ich bezweifle, dass das irgendjemand auf dieser Welt das Zeug mit 3 Wettertaft Haarspray drei Tage lang in seinen Haaren haben möchte. Weil hier steht nämlich drauf, Perfekt mit starkem Halt bis zu drei Tage. Ja, das ist aber auch nur ein Slogan, mehr auch nicht, denn das möchte keiner drei Tage in den Haaren haben. Wo haben wir eigentlich stehen geblieben? Genau, beim Halt. So, an dieser Stelle, hier steht drauf, zehn Punkte. Ja, super Kleber, super Halt. Ich würde an dieser Stelle vier von fünf Punkten vergeben. Der Halt ist echt gut. Allerdings möchte man das nicht wirklich haben. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Leute, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wenn man seine Haare so krass betoniert und einzementiert, dann kann man das ja nicht ganz so gut auswaschen. Ja, an dieser Stelle nur einen Punkt von fünf für die Auswaschbarkeit. Kommen wir zum Preis. Der Preis ist, es ist aber einfach ein Billo-Produkt aus dem Drogeriemarkt. Kann man nicht anders sagen. Kostet irgendwie zwei Euro oder 1,85 irgendwie so. Ja, wie gesagt, als Gag cool, aber als Dauerprodukt für deine Haare, nope. Ich würde es nicht verwenden, aber ja, ich packe den Link trotzdem zum Produkt einfach mal in die Infobox rein. Kann man sich bei Amazon bestellen oder im Jingen Drogeriemarkt, aber gibt es dieses Produkt. Also, wo war ich stehen geblieben? Preis, was gebe ich dafür? Ja, Billo-Produkt, drei von fünf Punkten. Ja, that's it. All in all, kommen wir zu einem Gesamtrating von 13 Punkten von 25. Ja, Leute, ich kann dieses Produkt guten Gewissens nicht empfehlen. Also vielleicht für kürzere Haare, aber aktuell für meine Haare absolut. Gar nicht, ja. Obwohl dieser Typ ja auch lange Haare hat auf der Verpackung hier. Deshalb, ich weiß gar nicht, da muss man eigentlich für jedes Produkt sagen, okay, das Produkt ist für die Haarlänge oder für diesen Haartyp. Also, dieses Produkt kann ich maximal für ganz kurze Haare empfehlen. Wer sich für dieses Produkt interessiert, ich packe den Link zum Produkt einfach mal in die Infobox rein. Also als Gag an Karneval oder Fasching, um seine Haare mal richtig in die Höhe schießen zu lassen. Es ist vielleicht mal ganz cool, aber echt für dauerhaftes Haarstyling, Leute, lasst die Finger davon. So, das war das letzte Drogeriemarkt-Produkt, Billo-Produkt, was ich jetzt getestet habe. Ich werde jetzt weitermachen mit etwas hochwertigeren Produkten. Teste einige bessere Produkte, hochwertigere Produkte. Einige Leute haben ja auch einige E-Mails geschrieben oder auch die Videos kommentiert und auf die Produkte stürze ich mich jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ihr könnt natürlich auch das Video kommentieren. Wenn ihr zum Beispiel ein cooles Haarstyling-Produkt habt oder gerade eins verwendet, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich gehe auf jeden Fall auf eure Wünsche ein. Das ist auf jeden Fall sicher. Und ja, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Und ich sage bis dahin, haltet die Friese steif. Peace out. Outro